Moin Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Pokemon. Nein, war ein Spielkartenverkäufer. Jetzt um unseren Simulator hier. Aber man kann es mit Pokemon vergleichen. Tetramon. Ja, wir vercheckten Tetramon. So, schalten das Licht an, machen auf. Ach krank, du weißt, du sollst doch kommen, wenn es du weißt. Ich krank. Ja. Spreidevoll. Spreidevoll. So. Weg damit. So, dann lassen wir einkaufen. So, aber. Ich bin ehrlich. Wir machen so wenig Gewinn. So, du wirst jetzt. 3 Euro ist okay, aber. Ja. Ich brauche mehr. Oho. 153 ist bisschen. Heavy. 3,5. Fussgeld teurer. Und ja, die kosten halt. Die sind halt. Ja, komm. Das lassen wir. Die sind jetzt 1099 Marktpreis. Alter, wir verkaufen die unter Marktpreis. Machen wir 16. Fertig. Herbert. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir auch für uns. Der Herbert ist wieder da. Die Boxen. Ah, für uns wann. Komm, machen wir auch für uns. Fertig. So. Ja. Leute. Ich bin schon da. Ich muss meine Preise anpassen. Chillt mal euern Nugget. So. 30. Dein Gericht. So. 18. Servus Jens. Abonniere. Ach Gott, das stinkt schon wieder einer. Gleich. Ich muss den Stinken machen. Ach. Du stinkst mir nicht, mein Herbert voll. Blöde Britschen. So. Wurstelung in der Sonne. Raimund. Oder? Ne. Helmut. Hahaha. Okay. Der war schlecht. So. Was? Jetzt hat er noch 15. Okay. Na ja. Ausnahmsweise. Ist er noch 15? Abonniere. Was ist da los? Was wird da gespült? 20? 16? Okay. Gewinn. Hast kein Geld. So. Cut and rise. Komm, dann machen wir einen Zini. Machen wir mal 5. 11. So bitte. So. Ich brauche den Zini. mal wieder Pack. Lack. Fünf Kunden. Herbert. Ein Pack nur. Lass mich Feuer aufmachen. Danke. Danke Herbert. So. Jetzt hören wir mal, was wir heute haben. Müll. 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 Ja. 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 Okay. Es war bislang das beste Pack. Aber wir hatten schon Heftig, oder? Also wir haben nicht gekriegt so volle Heftig Packs. Müll. 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 Wo sind die heftigen Konten? Ja, komm, da ist... Herbert, danke dir für das Worten. 3,50. Danke dir. So, 1,21. Jens. Ha, extra für dich, da werde ich noch durchlaufen. So, 36. Tschüss, auf dem wir wiedersehen. So. Jetzt machen wir nochmal Peckluck. Nö, ja okay, die geht. Das war jetzt bislang noch die beste Konten. Ja, also die beste Konten, wo habe ich schon über 400, kommt's. Nein. 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 4,55, komm. 5,4, ja. Müll, 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 Müll. Wir sind Müllkorten. Kevin will spielen. So. Da will Kevin spielen. Ach, Jens, du stinkst. Das riecht in meinem Weitschel. Leider. Ja, der Peck ist... So. Boah, Jens, du stehst direkt neben mir, ey, alter. Geh duschen, du stinkst. Das riecht so wie 5 Meter Feldweg, alter. Verpiss dich, ey. Ja, Krübbel. Hast du noch nie was von der Duschen gehört, du Saftsack? Naja. Wunder mich nicht bei dir. So. Das war zuerst. Jetzt muss ich meine Figuren bestellen. Die Lizenz. Ich bin mal geauft für die Blühstiere. Zwei Stück. Okay. Okay. Meine Blühstiere. werden nicht gleich gekauft. Fett sein. Oh, du gönnst dir. Ich bin mal jetzt schon bei 55. 60. 50. 50. So, ohne 50, gelley. Oh, das ist 40, gelley. So. Boah. Was wollte ich denn scheißen? Ja, schön doch. Mach dein Löcher, Leo. So. Oh. Hoppala. So, Kevin. Mach dein Urschloch auf. Und dann schiebe du das Ding da rein. So. Bestellung. Figuren. Und da werden jetzt die Plüsis verkauft. Die Plüsis werden gekauft. So, Rechnung. Ja. Ich habe nicht genug Geld. So. Jetzt werden unsere Plüsis ausgepackt. Sind die nicht süß? Sind die nicht süß? Hier. Sind die nicht süß? Oh. 37. 3. Äh. Äh. 40. Ach, da muss ich jetzt schon wieder sprühen. Mitel? ich will? Mensch. Must-leer. Oh. NOT ELH. Ja. Lege mich auf den Tschüss. Trash. So. Jetzt können wir da mal wieder ein paar Karte machen. Zeig. Zeig. 23. Komm. 18. 9. Ah. Plus 9. So. Und wir öffnen wieder. Müssen wir was bestellen? Müll. So. Müll. 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 Oh gut. Ich will die heftigen Karten. Also wir haben jetzt nur Trash-Karten. Ja. So. So. Low-Bob-Karten. Wisst ihr. Ah. Der hat einen am Flieschen gekauft. Ja. Das sind so. 0,15. Karten-Devui. 14,91. Okay. Das geht wieder mal. Aber ich will die heftigen 200er-Karten. Wo sind meine 200er-Karten? Wo sind sie? See. Zeig. 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 Ja. So. Danke dir fürs Warten. Dann früh ist sie. 70. Die spielen schon wieder. Wir wissen, wie ich mache meinen Norden so. Verpiss dich. Verpiss dich. Ja. Der will nur was kaufen. Gehaufen, gehaufen, gehaufen. Wir machen jetzt das Regal hier. Die Linie. So. 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 Mir ist es jetzt wuscht. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen auf. Zeig. 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 Oh. 19.1. Ok. Dann irgendwas heftiges dabei ist. Oh. Kevin. 23 So, jetzt musste ich aber mal konnte meine Rechnung gestern ja nicht zahlen Komm, bezahlt Rekrutieren Shop Level Ja, fehlt ein bisschen Wurst Dann können wir hier noch Arbeiter einstellen So, damit Endet auch schon die heutige Folge Klonki geht noch schnell einkaufen Und Er kauft jetzt noch sich schnell seine Bags Und die Karten Und Ein Plüschi Ich glaub die Plüschis kommen geil an Zwei Plüschis kaufst du Klonki Jo Klonki Dankeschön So und damit sagen wir Enden wir mal diesen Tag So, schauen wir mal wie wir das gemacht haben Artikel verdienen Ja Ja Upgrade Kosten Ja Bisschen 9 Euro 9 Euro Für eine 40 Profit Ha Scheiß die Wanderer Na, mal abgegradet ne Also Danke euch fürs Vorbeischauen Schaut die ganzen Links Mal durch Tiktok Twitch Lasst Like Abo da Und Ja Schaut auch In der In Insta Da sind die ganzen Links von Social Media Und Auch von Senshi Ist da der Link drin Da können sie bestellen Und da spart sie euch 20% Mit dem Rabakur VX20 Und Schaut euch den Shop an Unser Merch Und Ja Dann sehen wir uns Bei der nächsten Folge wieder Beim Come Simulator Ciao